Warum bist du denn wieder zurückgegangen? Weil ich das grad die ganze Zeit versuche! Lalalala! Aber das geht nicht, weil ich immer zu schnell bin mit diesen Scheißschuhen! Jaha! Hallo Leute! Was geht? Hier ist Tom. Und da ist Zander. Hier ist der Zander! Hallo! Und wir begrüßen euch hier zu einer neuen Folge Hektik! Ja, herzlich willkommen! Oh, ein schwebendes Buch! Bücher tötet es! Tötet es! Ich musste gerade schon ein Buch töten, weil es mich angegriffen hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge! Wir haben hier gestern keine Folge gebracht, weil... Halt doch mal die Schnauze! Ich brauch Brote! Was wirfst du hier rum? Ich brauch Brote! Und jetzt kannst du was sagen! So, wir haben ja gestern keine Folge gebracht! Warum? Alles nur wegen Zander! Ja! Der hatte... Zander hatte gestern irgendwie Besuch von irgendjemandem! Also, man muss dazu sagen, mein Cousin... Ich bin mit dem halt groß geworden! Ist klar, das ist mein Cousin! Und den habe ich jetzt übrigens nicht mehr gesehen, weil... Ah, lol! Guck mal! Guck mal, guck mal, guck mal! Weißt du, worauf mich das erinnert? An diese kleinen Hüpfbälle! Achso! Diese Gymnastikbälle! Achso, naja gut! Ist leicht eckig, aber okay! Ja, ja gut, hier gibt's ja nichts, was rund ist! Außer das, was sie droppen! Okay, auf jeden Fall ist mein Cousin aus der Studiertheil... Beziehungsweise, der hat halt studiert in Stuttgart und arbeitet jetzt in Hamburg! Und den habe ich halt mega lange nicht gesehen! Also, ein halbes Jahr, weil er seine Bachelorarbeit geschrieben hat und so! Und der war gestern zu Besuch bei uns, weil er halt jetzt, wie gesagt, gerade auf der Durchreise nach Hamburg ist! Und, äh... Ja! Ich steh mir das in den Arsch entgegen, ey! Was? Das dumme Schwein! Ich wollte das hauen und da kommt mir das mit dem Arsch so entgegen, ey! Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja! Auf jeden Fall war gestern deswegen mein Cousin da und wir konnten nicht aufnehmen und deswegen war ein bisschen blöd! Genau! Weil Tom und ich ja immer nur so von Tag zu Tag aufnehmen! So, was machen wir jetzt überhaupt, Tom? Äh, gute Frage! Wir könnten jetzt die weiteren Bosse suchen, weil du ja gesagt hast, hier gibt's noch richtig coole Viecher! Warte mal! Wenn wir jetzt in die Richtung gehen... Du leckst irgendwie, oder? Nee, ich leck nicht! Wo bist du? Doch, komm mal mit hier lang! Du läufst ewig... Komm mal mit hier lang! Ja! Immer mir nach! Ich seh's auf der Karte, ja, ja, ich seh's schon! Genau, da... Oh, da brauchen wir noch gerade, oder? Nein, nein, nein! Da ist noch... Oh, ne Hexical Blume! Ne Hexical Essenzen haben wir ja! Na gut, haben wir nie genug! Wir waren noch nie im Nether, ne? Im Nether war... Da gibt's ja so viel... Doch, da gibt's ja viel! Stimmt! Ja gut, aber... Da gibt's niemals viel! Boah! Was ist denn du? Es regnet! Oh mein, jetzt regnet's auch noch! Es regnet's auch noch! Oh! Jetzt ist irgendwas passiert! Es wird auf, glaub ich! Ja, irgendwas ist passiert! Hm! So, also du... Ich seh's auch auf der Karte, was ist denn das? Bist du noch hinter mir? Nö! Das war ja das! Da waren wir noch hergekommen! Ne, ich bin nicht mehr hinter dir! Ich dachte wir laufen jetzt zu dem großen Holz... Nein, ich hab noch so ein großes gefunden! Lauf mal! Warte, ich komm zurück! Weißt du noch dieses komische... Ich komm zurück! Wohin zurück? Weißt du dieses große Kabelzorngebilde, wo wir mal waren? Ähm... Das weißt du noch! Äh... Da waren wir mal drin! Äh... Ja, genau! Genau! Da kommst du jetzt mal hin! Äh... Hast du auch noch ein paar Daten für mich? Guck doch auf der Karte! Das sieht man doch! Das ist riesig! Oh, das sieht cool aus hier! Ähm... Guck auf der Karte! Ja! Warte! Da hinten! Das könntest... Fuck! Ich darf ja nicht so weit runter springen, ey! Da bin ich gerade auch runtergefallen! Dann bist du bei mir ganz in der Nähe! Oh cool! Ein Spawner! Oh, leck! So! Alter! Es leckt irgendwie! Leckofanny! Du Spinne! Gehst mir auf den Sack! Ich mach dich jetzt platt! So! Okay, da ist nichts drin außer Bücher! Ich komm wieder runter! Wo bist du? Das war ja in der Nähe vom Spawn, wa? Äh... Ja, da in der Nähe ist das! Und man muss ganz ehrlich sagen, Tom! Wenn du auf die Karte guckst, dann siehst du es hundertprozentig! Das ist im Wald drin! Einfach so ein riesengroßes Tablethorn-Ding! Na ja! Na ja! Na gut, man erkennt es schon! Doch! Auf jeden Fall! Siehst du mich? Ja, Moment! Ich seh dich wahrscheinlich gleich! Wo bist du? Tom! Wo bist du? Direkt! Nein! Ich lauf gerade außen oben! Jetzt bin ich da! Okay! Nein, wirst du nicht! Da! 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 Sag was! Follow me if you can! Ich bin schneller als du! Yes, we can! Hä, warum bist du schneller als ich? Na, keine Ahnung! Doch! Gucke da! Jetzt bin ich vor dir! Ich weiß auch nicht, wo du lang willst! Junge! Schneller! Am Arsch! Schneller! Na klar! Schneller! Guck dir an! Schneller! Scheiße! Jetzt brauche ich einen Hookshot! Ja! Hab ich auch nicht! Scheiße! Wo ist meine Hookshot? Im Müll? Ja! So! Guck dir das an, Mann! Na, wo bist du gelandet? Schon oben! Alter, warum zieht mich meine Hookshot nicht hoch? Haha! Ah! Deine ist kaputt! Oh, meine Hookshot ist kaputt! Hoho! Hihi! Scheiße! Was soll das denn? Hä? Jetzt bin ich oben! So! Oh! Da ist auch noch der Unten und versucht hochzukommen! Warte mal! Ich versuche gerade! Ich frage mich gerade, warum meine Hookshot kaputt ist! Guck dir mal! Du hast voll einen weg, Tom! Shuffle! Wird auch einen weg! Shuffle Tom! Shuffle Tom! 22! Der ist ja noch so ein Vieh! Das Beste ist ja das 221. Da waren wir doch schon drin! Nein! Da waren wir noch nicht drin! Ja, aber das ist doch genau der gleiche Schmarrn! Jaaa! Raste nicht aus! Mann! Ey! Warte! Ich wollte doch nur gucken! Das ist nun deine tolle Überraschung! Boah, Alter! Ich glaube es nicht! Warum leckt es immer bei mir an dem gleichen Block? Es leckt übertriebenes bei mir! Echt? Also bei mir ist jetzt... Halt die Fresse! Also waren wir da schon! Ja, da waren wir noch nicht! Aber was wollen wir da drin? Nein! Boah Tom! Hör mir doch erstmal zu dir zu! Ja! Du vor dir die ganze Zeit redest und ne? Denke ich mal solltest du erst... Oh! Was ist das denn? Ja komm zum Punkt! Guck mal hier! Geh mal da rein! Guck mal hier! Äh... Was ist das? Was denn? Ich bin hier in so einem Loch drin! Welch Loch? Hier ist so ein Loch! Was weiß ich was es ist! Ja, so ein paar mehr Informationen! Hier ist ein Loch! Ach! Ach, da ist ein Loch! Siehst du! Wie soll ich das besser beschreiben als ein Loch? Okay, es ist ein Loch, was irgendwie total interessant ist! Sehr interessant! Okay, also! Ich hatte gedacht, dass das der Turm ist von dem Urghast eventuell! Nein! Wir müssen... Das Problem ist, wir haben keine Map und deswegen... Das ist richtig behindert! Also würde ich sagen, laufen wir mal in diese Richtung! Wo bist du? Ich bin schon wieder weg! Lass mal an dem Loch treffen! Kannst du mal die Richtung definieren? Lass mal an dem Loch treffen! Dann kann ich dir die Richtung zeigen! Warte! Ich hab grad Probleme... Wo du schon wieder hingelaufen bist! Oh! Oh! Kusche! Mann! Wo bist du schon wieder hingelaufen? Ich bin den Abhang ein, zwei Blöcke runter gegangen! Mein Gott! Oh! Dieses scheiß Glecke hier! Und diese blöden Boots, die... Ich geh einfach außen rum! So! Lalalalalala! Ich tanze hier mit den... Ich wollte schon Einhörnern sagen! Das sind ja gar keine Einhörnern! Boah, Alter! Und jetzt leckt es schon wieder bei mir! Das sind aber so Monsterlecks! Oh! Oh! Halt doch mal die Fris hier! Ich will auch gehen! Oh! Oh! Kann mir mal irgendjemand erklären, wie du so schnell irgendwo hingegangen bist, wo man nicht mehr zurückkommt? Ich bin runtergegangen und ich kann nicht hoch wegen diesen... Wo runter? Oh! Diesen scheiß Abhang, wo du hinter mir standest, Mann! Mein Gott, ey! Warum bist du denn wieder zurückgegangen? Weil ich das grad die ganze Zeit versuche! Lalalala! Aber das geht nicht, weil ich immer zu schnell bin mit diesen Scheißschuhen! Verstehst du es jetzt? Alter! Du verstehst meine Frage gar nicht! Ja, stell sie gerne mal! Ich habe gefragt, warum du so schnell abgehauen bist wieder! Warum du in die gleiche Richtung... Ich bin nicht schnell abgehauen! Alter! Ich war direkt vor dir! Du wirst schnell abgehauen zu deinem blöden Loch! Ich war an dem Loch, da standest du auch so! So, jetzt bin ich im Loch! Du sagst die Hände doch, komm mit! So, jetzt sind wir alle im Loch! Komm mit! Das ist echt die Schuhe! Die machen ja alles kaputt, ey! Wir müssen neue Wege erkunden, Tom! Ja, geh mal! Na, du hängst bei mir! Ich kann nicht... Warum häng ich? Ja, du hängst immer! Jetzt leg ich! Ja, du legst! Und hängst! Sehr komisch! Du hängst und legst! Oh, hier ist ein Monster! Jetzt gehst du immer in die gleiche Richtung, weil ich sehe dich nicht mehr! Ach, da bist du! Hä? Klar! Ich kenn immer gerade aus! Wir müssen nur gucken, dass wir hier so ein bisschen die Map erkunden! Und damit dann alles so ein bisschen freilegen! Lauter Eichhörnchen! Guck mal! Oh! Was ist das hier? Achso, das ist ein neuer Wald! Das ist ein Wald, mein Freund! Heimatlich sind hier viele Eichhörnchen, Bergziegen, Schnauze! Lass mal hier lang gehen! Du musst auch mal was lernen! Kommst du? Ach, jetzt kommst du! Du stehst hier! Wo bist du denn? Da unten! Ui! Hast du gesehen? Ach, Mann! Voll gegen den Baum! Alle Blätter mitgenommen, ey! So muss das! Oh Gott! Ich bin so schnell! Was haben wir denn hier? Oh! Alter! Heute leckt's auch mal richtig, du! Heute leckt's übelst, ne? Das ist heute kein guter Tag! Heute ist was? Donnerstag oder so! Nitrado wird gedetost! Ja, heute ist Freitag! Heute ist Freitag! Freitag sind wir alle beschäftigt! Auch die Server! Gehen wir jetzt hier noch gerade aus, oder? Jetzt bist du noch weg! Hier! Ich bin noch hinter dir! Jetzt bist du schon wieder abgehauen! Dreh dich mal um! Hallo! So, wenn wir jetzt hier lang... Das kann doch gar nicht sein, dass wir... Oh! Guck mal hier! Ein Riftblade! Wo ein Baum drin gewachsen ist! Ich weiß nicht! Also ich möchte halt nur so ein bisschen erkunden... Hier kann man... Ne! Nicht Riftblade! Hier kann man reingehen! Ja, ja! Meine ich ja! Willst du reingehen? Ach nicht... Ne! Nicht reingehen, oder? Das können wir lieber in der Überwelt machen, sonst verlaufen wir uns ja übertrieben! Übertrieben in der Überwelt? Meinst du? Wo bist du? Ich bin da! Da hinter dir! Ja! Jetzt! 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 Ich seh dich nicht! Ja! Das ist... Alles heute irgendwie etwas scheiße! Sehr sehr komisch! So! Geh einfach voran! Ich seh dich gerade flüssig! Deswegen! Okay! Dann lauf ich einfach mal hier lang! Oh! Guck mal! Hier sind schon wieder diese Säulen! Wenn einer der Zuschauer weiß, was das für komische Säulen sind... Dann schreib das mal bitte in die Kommentare rein! Weil das würde mich mega interessieren! Ach hier! Stimmt! Ey! Da ist ja Labiflatulium drauf! Ja, aber was bringt das? Sieht schön aus! Nein! Keine Ahnung! Geht die noch weiter runter? Soll jetzt irgendwas markieren? Ja! Ja! Aber nur einen Block! Okay! Vielleicht... Keine Ahnung! Oder die markieren vielleicht wirklich irgendwas im Boden oder so! Wer weiß! Ich weiß es nicht! Deswegen würde mich jetzt die Brennen interessieren, was das ist! Und... Alter! Da ist jetzt nicht mit mir ernst noch eine! Von diesen behinderten Dingern! Ja! Oh! Oh! Hier ist der Wald! Hier ist der Wald! Hier ist der Wald! Komm, dann gehen wir sofort rein! Denn was können wir da machen? Spielen ein bisschen im Irrgarten! Ach so! Ja genau! Da gibt es einen Irrgarten! Wo bist denn du? Ich bin schon am Anfang des Waldes! Ach da! Wo bist du? Ja! Ich bin... Ja! Ich seh dich nicht, Alter! Das ist ja auch... Was ist das? Hallo! Oh! 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 Guck dir das Vieh an, Alter! Oh! Die hat ordentlich Pommes gegessen, ey! Ist die fett! Meine Güte! Die Waldarmee ist das! Oh! Was ist denn richtig für coole Sachen! Das ist Gold! Wo bist du? Ich seh dich nicht! Ja! Ich bin hier! Ja! Du warst richtig behindy! Guten Tag! Kannst du mir helfen? Oh! Ja! 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 Also die Monster Legs sind übertrieben! Ja! Übertrieben! Also Nitrado heute mal wieder richtig scheiße am Stecken! Ja! Wir machen hier richtig schöne Server Props! Also... Okay! Nitrado Server die Besten! Hier ist ne Höhle! Ich weiß auf jeden Fall! Ich hab mal ein Battle gespielt! Dass es im Untergrund übelst viele Erze gibt und so! Mhm! Also jetzt nicht Diamanten, sondern so diese Erze aus dem... Ja! Was ist hier nicht? Gibt es irgendwie... Lol! Hier ist ein Wolf oder so! Ja! Krass! Was ist das denn? Ein Hund oder was? Ein Mistwolf! Ein Mistwolf? Ja! Hier ist aber gar kein Labyrinth! Ich dachte hier gibt es ein Labyrinth! Hol der Kackwald! Hol der Kackwald! Ja hier gibt es echt gar nichts ey! Das ist richtig schlecht hier! Okay! Geh mal einfach weiter! Wir treffen uns auf der anderen Seite! Der Eiche! Ne! Des Waldes! Ich geh einfach schon mal raus hier! Hier gibt es irgendwie... Ja! Ich will einfach mal gucken! Das ist sowieso ne Erkundungsfolge jetzt gerade hier ne? Ja! Ja! Ist nicht wirklich episch dieser Wald! Nö! Nicht wirklich! Ja! Gehen wir weiter! Hier sind viele... Viele Dinger und... Kleiner Nippes-Scheiß oder so! Den wollen wir nicht! Nippel! Der hat Nippel gesagt! Nippes! Alter Mann! Was schnelle Fischohren! Nippel! So ich bin jetzt raus! Ich bin auf der anderen Seite! Okay! Gut! Ich guck jetzt nochmal ein bisschen hier so rum! Aber es ist echt scheiße! Ich bin auch auf dem Weg zur anderen Seite! Aber ich seh dich ja nicht! Das ist das Problem! Oh! Lol! 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 Nochmal jetzt! Was? Wenn du in meiner Aufnahme jetzt grad sehen willst was gerade passiert ist! Ja was denn? Das war als ob ich im Weltraum fliegen würde! Und jetzt sag ich übelst drum! Okay ich muss mal zu dir teleportieren! Ja! Okay jetzt seh ich dich wenigstens wieder! Schön! Natürlich nicht! Ach da bist du dran da? Okay! Gut! Okay! Weiter geht's! Ja die Frage warte mal! Jetzt müssen wir mal! Hier lang! Bringt das! Hat das überhaupt Sinn? Was? Weitergehen? Was wir gerade machen? Das Problem ist wir müssten uns eigentlich ne Karte machen! Ich glaube aber wir sind so gegangen oder? Ist doch völlig egal! Eigentlich müssten wir uns ne Karte machen! Du bist da hinkommen oder? Ja wir können uns ne Karte machen! Aber wir können auch einfach weiter so erforschen! Ist doch egal! Guck mal wir gucken jetzt hier mal! Boah krass was ist das denn? Hier ist so ein... Hier ist ein Dungeon drin! Ja? Mit was für nem Zoo gesehen haben! Schick! Oh der Stein ist schick! Ey der ist richtig geil! Ja den Stein kannst du aber nicht abbauen! Den kannst du... Äh! Ich will... Sprengen! Sprengen! Nein! Doch! Der geht kaputt! Das ist so wie... Wie als wenn du... Obsidian... Bedrock abbauen ist schlecht! Der geht kaputt! Ist der nicht kaputt gelang? Der geht kaputt Tom! Ja aber das dauert mega lange Alter! Willst du dich jetzt hier hinstellen und davon 200 Stück abholen? Ja klar, das ist ja wo mein... Auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns dann in Folge 298 wieder mit neuen Abenteuern. Abenteuer? Abenteuer, ja. Hier Tom. Komm runter. Wieso, was ist da unten? Hier ist eine unterirdische Burg, Festo. Sexy. Guck mal hier. Guck mal hier. Übelst geil. Und ich würde sagen, in diesem Raum beenden wir auch die Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann diesen Dungeon hier. Also es war eine reine Erkundungsfolge, weil es nicht wirklich aufregend. Aber ja, muss ja auch mal sein... Das war total aufregend. Hallo. Schreibt wie aufregend es war. Genau. Schreibt in die Kommentare, wie aufregend ihr es fandet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich möchte nochmal ganz kurz eine Werbung machen, wenn ich darf. Und zwar für ein Spenden-Lastü. Am Samstag auf Funwill. Also auf dem Twitch-Kanal. Also wenn ihr einfach eingebt, am Samstag ab 19 Uhr, gibt es auf twitch.tv. Einfach bei Zander. Der macht ein Infovideo. Genau. Und da klickt er dann einfach den ersten Link in der Beschreibung an. Genau. Und kommen ist ein Muss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Hextit-Aufnahme wieder. Oder spätestens beim Spenden-Live-Stream. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.